Bowser und die Prozessin waren in den Tiefen der Burg Knickwitz verschwunden. Würden sie je wieder auftauchen, hatte Mario ohne sie überhaupt eine Chance, Kraft Knickwitz zu besiegen. Die Atmosphäre wurde mit jemischem düsterer und bedrohlicher. Mario und Luigi bewegten sich schweigend weiter. Und ja, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Paper Mario hier in der Burg Knickwitz. Wir haben jetzt schon zwei verloren und wir haben noch ein paar Bosskämpfe vor uns auch. Der Nächste ist ja wahrscheinlich schon klar. Die Matheleer wächst, ich kann es fühlen. Das Dunkelherz ist nah. Das Ende ist fast da. Wir müssen uns beeilen. Also, ihr wisst ja, es gibt noch ein einziges, den wir noch besiegen müssen mit und das ist die Mencio. Und es ist ja auch schon klar, wer da zurückbleiben wird. Es kann nur einer zurückbleiben. So. Let's gete a Punkter. Komm her, du Junge Jeder ist fertig Dir auch Und jetzt kriegst du meine Rache dafür Scheiß Erdfässe Du stirbst auch Und tschüss Ich werde mich auch nicht mehr heilen Es sind nicht mal 10.000 Punkte bis zum nächsten Level ab Es wird geschossen Moment, Pixel Luigi Gehti Oh my don't Pixel Pixel Das bringt sie um Tod Das ist ja jetzt kritisch mit dem Leben Aber egal Wir werden es jetzt durchhalten müssen Oh god Ausgewischen Papa, können wir jetzt auf oder? Ach, weg mit dem Scheiß Schlüssel Perfekt Ich komme auf die Gerufen Perfekt Das ist der Manöver Und zurück Ich darf nicht sterben Oh fuck Ich kann halt die Angriffe zurückschleudern Mit Hilfe von Pixow Pixow Aber ich habe kein Bock drauf Pixow Yes Level Up Und Wir haben jetzt 110 KP Wir werden die overpowered Killer Während so die über Äh, wie nennt das Wasser immer über Ficker Nenn das immer Das werden wir jetzt Wir sind jetzt gleich gehört Guck mal, wir haben Falle Wir haben jetzt eine die 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 Da ist der Schlüssel dazu, Pixel, komm mal mit. Erstmal nicht. Du itch. Du itch. Das war's. So. So. Tod. Down. Ich glaube, dass ich einen kassiere. Aber wir haben sie allerdings alle besiegt. Wir haben hier mal Punkte eingesammelt. Wir brauchen eigentlich für 6 Level ab. Okay. Das werden wir diesem Kapitel nicht mehr erreichen. Die 425.000. 425.000. So. Nächster. So, scannen wir mal. Oh. Oh. Perfekt. Können wir weiter. Irgendjemand war's mit dem. So, dass der erst mal weg ist Der nervt mich schon Welcher ist es? Der mittlere Wir prüfen, ob alles, ob es in 3D gibt Lass sie kommen Mente Klar, mal wegkauen Noch habe ich ja meine Lebenswilze Ja, misst mir da So Mario Mario Okay Mitte, rechts, links Und Aber mal zurück Jetzt sehen wir mal Einen schnelleren Pixel Ja, so ist es Aber der maßlich schneller Ab geht's Da Da, 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 da Und Mario muss wieder ran Meinetwegen, wenn er muss Ja Ich kann übernehmen Ich denke, ich soll mal wirklich alles erkunden Komm Kommt jetzt die Menzio oder hat er immer noch Schiss vor uns Perfektisch Perfektisch Ab hier brauchen wir Aber hier brauchen wir Luichis Fähig keinen wieder Ab hier brauchen wir Luichis Fähig keinen wieder Wir müssen echt hier so oft umschalten Okay So Und jetzt Haben wir es erstmal nicht da eingeschafft Aber da kannst du nicht so ein riesiger Grafikfehler Wo ist einfach nur die Menzio Sie haben wir ihn gefunden Da müssen wir rein Sie alle töten Das wird jetzt so eine ganze Weile gehen Die alle zu töten Ich wünsche es gibt eine einfache Methode aber ich kenne keine einfache Dann müssen wir alle down kriegen oder Yep Langsam gehen sie alle down So Jetzt haben wir euch alle k.o. Es kommt nämlich die ganze Armee von Die Menzios Und trachten wir nach dem Leben Na kommt Trachten wir ruhig nach dem Leben Jetzt habe ich alles so k.o. Jetzt habe ich alles so k.o. Jetzt gehen wir nicht durch Dass wir die alle gekillt haben Aber wir haben sich ja fast alle besiegt So Jetzt habe ich ihn schneller Weg mit dem Scheiß Braucht kein Mensch Das heißt der Postkampf kommt jetzt Und tschüss Ihr Demenzokopien Den Post schaffen wir noch Ich mache ruhig gerne ein paar Der war es länger Wenn Es keine andere Möglichkeit gibt Ich meine wir sind so schnell Wir schaffen die Menzio ganz flott Aha Also das ist doch geschafft Oh aber Wo sind denn die inreißenden Prozessen Und der helllose Fruchtelärm Dimension Wir haben keine Zeit Um uns mit dir zu streiten Geh uns aus dem Weg Ihr seid in Eile Dann wirst du dich nicht aufhalten Falls ihr mich besiegt Hahaha Ihr seid würdige Gegner Daher werde ich es euch nicht leicht machen Erst einmal müsst ihr mich kriegen Wie fange ich wieder mit Magie Das wird schwierig So Was so Sind wir hier Sind wir da drüben Wir müssen jetzt sozusagen jetzt jagen Das heißt jetzt müssen wir durch Gebiete latschen Und wir müssen ja den Ort finden Ne wieder weiterkommen Da ist er später Da müssen wir hin So Nächster Dimensionssprung Ist das mehr alles Villa Wir sind wohl da her Auf jeden Fall Wollen er auch will Der will auch Zum Glück kenne ich Wenn die Gegend Bischen auswendig Gesagt sind wir ja wieder In derselben Gegend Oh nein Oh shit Na komm Philipp 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 Du bist dran Sies kapitel Einmal rennen Was steigen wir uns von kapitel 13 zu rennen Oh nee Nicht dein Ernst Oder Ja Ich werde wahrscheinlich Bei den paar Bäm wissen Wenn wir so eine Nachverfolgungsjagd Haben Wollt sie es durch Ist der Anfang Jetzt wäre wir ja angefangen Philipp So und weiter geht's Es wird immer lustiger Ach du Scheiße Wo geht er lang Let's do Die Arbeit Wir haben zu tun Fast vergessen Wir müssen ja hier So mit Pixra Mit Traderan Nu kann man mit So Und weiter geht's Die Klo nehmen wir jetzt Verdammt Dann wollen wir eben Und zwar den Weg frei Wir haben genug Angestkraft Uns mit den aufzunehmen Was ist da unten Ja Habt ihr eigentlich Ich habe mir keinen Bock drauf Oh nein Und der lang rennt Das würde ich ehrlich gesagt Wir wissen Wir machen eben dort Jetzt mal band Wir finden das Ding Und beenden den Pass Ich muss es genau hinhören Wo ist es Wo ist es Gefunden Hier bin ich dem Part Wenn ihr wollt Könnt ihr in den Kommentaren Wertung da lassen Und wir sehen uns Im nächsten Part wieder Bis dahin Emma World Kontroll Bis zum nächsten Mal.